Heute sage ich mal und herzlich willkommen zum nächsten Part, Part 4 schon von Kings of Football mit VfL Arnold Zweiler. Ich sage erstmal, wie es jetzt aussieht. Wir schauen jetzt mal in kurz die Nachrichten rein, falls wir was in der Liga gehalten haben. Ich bin jetzt gerade erst reingekommen. Dann geben wir die Aufstellung für das nächste Spiel durch, die Taktik. Nachdem wir den Transfer reingeschaut haben und nach dem Spiel gegen Hammer BSV, stelle ich das Training ein und dann werden wir wohl den Part beenden. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein paar Nachrichten und dann gehen wir jetzt mal rein. Tatsächlich zwei in der Liga. Oh, Heinz Krügel, Borussia Wuppertal und Andreas, äh, Atze Andreas. Ja, da schreiben wir mal. Morgen. Zusammen. Auch nicht schlecht. So, ja, hier sind wieder Spieler, die wir uns nicht leisten könnten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Keine Ahnung, was du gemacht hast, aber so teuer sollte das Spiel nicht werden. So, Transfers. Und zwar haben wir es geschafft, Stefan Kutschan. Und zwar, wie ihr sehen könnt aus Slowenien, 26. Stärke, 21 Jahre alt und ein Impfverteidiger. Gewechselt für, also wir haben geboten und eigentlich sollte er wechseln für 395.853, aber mein Gebot war natürlich 495.000, ja, 900. Perfekt. Und damit, unterschreibt er bei uns. Damit sieht es folgendermaßen aus. Wir gehen hier, äh, komm, erstmal beim Team rein. Ich will mal wissen, welche Einsatzstärke er hat. Kind hier geht ja jetzt weg. Kutschan, 31. Einsatzstärke, not bad. Nicht schlecht, das gefällt mir. Mal schauen, wie die Taktik jetzt aussieht. So, Kutschan rein. Taktik. 60. Oh, mit mehr frische Kutschan natürlich. McQueen noch nicht. Murphy kommt dann rein in der 60. Ja. So kann es dann alles bleiben. Also, morgen haben wir wohl, äh, ja, zwar heute haben wir ein Spiel, aber dafür am nächsten Tag nicht. Okay. Sieht gut aus. Dann, gehen wir aufs Training erstmal. Damit wir nichts vergessen, auslaufen, natürlich. Upp, ich glaube, ich habe ein bisschen falsch gemacht. Zack. Okay. So, jetzt natürlich die Trainingsspiele. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich komme gerade frisch von der Arbeit. Und, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir so ein bisschen überlegt, soll ich ein Video machen zu Schalke oder Nürnberg, weil die Vereine liegen mir doch schon sehr am Herzen. Aber ich habe mir gesagt, durchgehangen und habe gesagt, ne, komm, das tust du erstmal noch nicht an. Vielleicht mache ich aber später noch ein Video zu einer beiden Vereine. Oder vielleicht auch zu einem ganzen anderen Vereinen. Ja. Weil ich sehe im Moment viele YouTuber machen im Moment viel zu ihren Lieblingsvereinen. Wie zum Beispiel von OneFootball der liebe Flo und der liebe Nico zu Hertha BSC und Eintracht Frankfurt jeweils. Und natürlich so, auch Manu Thiele. Schon unzählige berechtigte Analysen. Aber natürlich auch ein oder zwei Videos mit sehr emotionalem Engagement zum FC Bayern. Seien die Büchseien. Das ist kein Geheimnis. Und ich sage einfach, berechtigt. Also, wir können aber natürlich sehen, wenn ihr seht, 600.000. Ich habe ungefähr 400.000 ausgegeben. Dass man sieht, ja, ich habe ein paar Sponsoren-Themen gemacht tatsächlich. Ja, habe ich mal einfach gesagt, ja, okay, machen wir. So, und jetzt geht es rein ins nächste Heimspiel gegen Hammer BSV. Los geht's. Bewölktes Wetter. Heimschiedsrichter. 2.416 Zuschauer. Runde 110.680 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Er wirtschaftet geil. Maximiano, Spiel ab. All und zwei, da kann die Gegner stimmen. Das Wittchenfeld überbrücken. Er überbrücken. Ob der jetzt zwischen McQuinn und Böhm. Doch, der verpasst den Ball. Na gut, er ist auch in der Innenverteidigung. Und Neuzugang. Aber Hammer BSV zeigt, warum. Sie umstehen und legen direkt nach. Besser gesagt. Oder eher gesagt. Wollen nachlegen, aber nichts draus geworden. Kindleiter ist sofort entlanggefallen, aber auch nichts draus geworden. Jetzt erst mal. Hopp. Ecke für Hammer BSV. Schulz. Oh. Ja, ich sehe schon. Schade. Hab mich selber gespeichert. 1 zu 0 schon. Hammer BSV. Toll. Ja, brauche ich gar nicht vorlesen. Möchte ich auch nicht vorlesen. 1 zu 2 gegen 1. Hoffentlich will ich es auch machen. Finde ich ja so. Hammer BSV. Ja. Hoher Einsatz jetzt. Alles geben. Außen ab. Drängend. Oh. Bitte nicht. Kraftvoller Schuss. Ah. Was? Ach so. Richtung Eckfahne. Ich habe gelesen. Flach in die untere Ecke. Nicht schlecht. Boah. Nochmal Glück gehabt. Lustig gegen Klasnitsch. Sieht gut aus für Biss. Boah, nein. Oh, nein. Bitte nicht. Aber hat. Ja, sehr gut. Nichts entgegenzusetzen. Ach. Aber bitte nicht. Bitte, Leute. Wo seid ihr diesmal? Ach, Mann. Schade. Ja, 2-0. Aber wenn da niemand ist, sag ich mal, der ernsthaft angreift, das ist mir das keine Ahnung. Dann weißt du, ja, das ist zu einseitig. Ach, Mann. Alles weiter. Ja, kommt, Leute. Bitte. Schöner Spielzug. Kopfball zwischen Vorschauern. Ja. Äh, komm. Kopfballdruck zwischen Vorschauern. Hey, dann. Doch, Vorschauern kann ihn nur per Flugkopfball erreichen. Er erreicht den Ball gerade noch. Das Leder fliegt in einen hohen Bogen Richtung. Ichberg. Ige Bringsen. Ach Gott. Ige Bringsen legt sich den Ball vor. Er rennt alleine auf für den Teuter. Hammer BSV zu. Und versucht den Ball über ihn zu heben. Doch ihm kann den Ball nicht mehr ein Tor unterbringen. Mann, warum schießt du auch nicht? Ach, Mann. Na gut, ein Schuss hätte bestimmt auch nichts gebracht. Keiner bekommt den Ball mehr. Ja, gut. Wir probieren ja eher auch was mit dem Laufen hinzukriegen im Training. Aber wenn sie so spielen, ja, dann bringt es nichts. Aber wir sind hier nicht chancenlos, muss man so sagen. Jawohl, gut eingespielt. Aber. Wie der King. Wer hält den Überblick? Na toll. Ja, auch wenn wir 0-2 zurücklegen zu Hause. Die spielen, sie spielen trotzdem gut weiter. Das muss man ihnen lassen. Aber natürlich ist das nicht schön. Was man hier sieht. Schnappt sich das Leder. Hinter dem Tor. Boah. Aber man sieht auch, wir haben ein bisschen Glück. Also, so ist es nicht. Das muss man leider sagen. Auch ein bisschen Glück steckt dahinter. Und jetzt passiert einige Zeit gar nichts. Jetzt wechseln wir. Genau. Kind verlässt das Feld. Und Möppi kommt rein. Und dann nachkommt natürlich BSV direkt mit einer Chance. Frisch kann den Bein nicht abfangen. Oh Gott. Strauchel. Ganz eindeutig nicht. Ja, ein bisschen Glück gehabt. Dankeschön. Spielt ab. Ganz eindeutig aus. Ja. Inge Bringsen. Läuft. Dem Leder entgegen. Stimme voll von Inge Bringsen. Ach komm. Please. Weiter geht's. Also, das ist, wow. Wenn dann würde ich gerne bitte begründet haben, was passiert ist. Elbo. Äh. Ev. Ev. Logis. Äh. Mein Gott. Versuchen wir jetzt gar nicht. Sagen wir einfach. Elbo. Gibt den Ball nach vorne. Doch der Pass. Ja. Ist zungen. Und eine Sekunde später auf der Ecke. Hat wohl jemand Ball berührt. Inge Bringsen. Ja. Der Ball landet draus. Ja. Super. Bayern und Zweiler. Alles klar, dass ich das fällt. Alamano. Komm rein und natürlich. Max Piano verlässt das Feld und wird ersetzt durch. Charles. Oh mein Gott. Den möchte ich unbedingt auswechseln. Die meisten Namen kann ich leider nicht aussprechen. Das finde ich schade. Im Bringsen für die Ecke auch. Schöne Flanke. Verpasst aber Front und Feind. Freistoß. Oh. Äh. Evlo. Was machst du? Also. Chancen hatten wir genügend. Leider verdient 0-2 verloren. Aber. Immerhin 0-0-2. Wir müssen mal eben kurz schauen. Würde ich gerne machen. Äh. Was war denn die höchste Niederlage? 0-4. Gegen. Ja. Haben wir. BSV. Also. Ja. Okay. Also. Da muss ich sagen. Noch. Das war jetzt das zweite Spiel. Aber. So schlimm war es jetzt nicht. Finde ich. Naja. Reinen gewinnt ihr Spiel gegen. Wenn jetzt gegen. Oh. Friesdorf. Deswegen. Ja. Gut. Okay. Nächster Spieltag wird gegen. Westfalia Gütersloh sein. Seelow spielt gegen Reinen. Ja. Oh nein. Also. Irgendwie. Da nehmen sie sich gerne. Gegenseitig. Punkte ab. Wo. Wogegen ich. Überhaupt nichts gegen. Also. Bin ich ganz ehrlich. Aber. Ich würde lieber sagen. Fortuna. Seelow sollte verlieren. Damit wir am 14. Spieltag. Friesdorf gegen Seelow haben. Damit die das nächste Spiel gewinnen. Und wir haben das Spiel gegen. Lüneburg. Gegen Tabellenführer. Na super. Und wann haben wir das Spiel. Ja. Und Tos Mavish. Gegen Arnus Weiler. Super. Ah. Ich hoffe. Dass wir viel hinkriegen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt. Sag ich mal. Äh. Jetzt will ich auf Stürmer Suche. Aber mal gehen. Und zwar mache ich das genauso. Erstmal schauen. Wann kommt der Scout eigentlich zurück. Also. Er liefert uns mal. Sechs Tage unterwegs. Okay. Das bringt uns nicht viel. Sag ich mal. Stürmer. Stürmer. Ja. Stürmer. Ja. Stürmer. 10 bis. Ja. 30 sollte reichen. Und dann 18 bis. Ja. Kommt. 21. Nur bezahlbare Spieler. Eindeutig. Wie sieht's aus? Ne. 600.000 will ich nicht ausgegeben. Dann haben wir ja gar nichts mehr. Dann müsste ich ja direkt den nächsten Sponsoren Termin machen. Auch nicht. 500.000. Ich merke dich zu. Und dann Kriterien. Wo wir sagen könnten. Oh. Ja. Tom. Havekins. Tom. Havekins. No. Nigel. Deyver. Deyver. Ja ja. weil halten das ist eigentlich wichtig für den stürmer 24 stärken 19 jahre alt und hat sehr spät in der saison als geburtstag also könnte was daraus werden stärken kopfball spielintelligenz spielen sie schnelligkeit schusskraft technik zweikampf ja ich würde mal sagen ja matthias knitzel 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 matthias knitzel kann die aussprechen ist bezahlbar und die folge geht mir wieder viel zu lang keine sorge ist heute sage ich meine ausnahme derzeit vereinzelt so da können wir aber gut abstrauben und ich würde sagen matthias knitzel bitteschön zwei jahresvertrag erst mal und dann 36 jetzt bin ich sehr geizig absenden so damit haben wir unseren ersten richtigen stürmer denn wenn wir mal so hinsehen da ist nicht wirklich was forscht und imbrigsten komm tun wir mal schützt den herr rein mal schauen ob er was heute bringen könnte im richtigen dann auf die bank und dann mal schauen mal schauen mal schauen so also mit frosch würde ich schon gerne allein wegen den sympathischen namen sehr gerne weitermachen aber leute heute nicht mehr aber es gibt natürlich ein spiel gegen platz 4 wir bleiben trotzdem auf platz 9 und dann müssen wir gegen tabellenführer ran das lustige ist einfach wir sind wohl hier steht nirgendwo an der dock das finde ich schön das finde ich sehr nett leute nett und freundlich verabschiede mich jetzt auch hot rein tschau tschau